Wenn man sich die Frage der Digitalisierung in meinem Fachbereich stellt, so taucht die in zweierlei Weise auf. Zum einen verändert es natürlich uns selbst. Wir leben in einer digitalisierten Welt und damit verändern wir unsere Kommunikationsweisen, wo wir Informationen herbekommen, wie wir Informationen weitergeben und ähnliche Dinge. Das heißt, wie wir mit unseren Studierenden kommunizieren, aber auch mit unseren Kollegen. Die Tatsache, dass wir heute aus der ganzen Welt digital auf Literatur zugreifen können, hat einfach unser ganzes Forschungsverhalten sehr stark verändert. Auf der anderen Seite komme ich aus einem Fachbereich der Wissenschafts- und Technikforschung und die beschäftigt sich insgesamt, wie sich unsere Gesellschaft verändert durch technologische Entwicklungen und wissenschaftliche Entwicklungen. Und die Digitalisierung hat in sehr, sehr vielen unserer Lebensbereiche Spuren hinterlassen und hat die einfach maßgeblich verändert. Das sieht man sehr schön im Bereich der Arbeit, wo die Digitalisierung einfach sehr viele Fragen aufgeworfen hat, was neue Arbeit angeht, welche neuen Arbeitsverhältnisse. Aber natürlich auch im Gesundheitsbereich, die hat mich besonders interessiert, wie die ganze Verdatung und die Vorstellung, dass unsere Gesundheit etwas mit Daten zu tun hat und mit dem Erfassen von Daten. Das hat unglaublich die Art und Weise verändert, wie wir denken. Das heißt, ich komme eben von meiner Perspektive durch diese zwei Fragestellungen auf die Digitalisierung zu. Die Herausforderungen sind eigentlich sehr, sehr vielfältig. Wenn ich jetzt die drei größten Herausforderungen nennen müsste, so glaube ich, dass es darum geht, dass wir lernen müssen, Daten zu verstehen und sie auch wirklich zu verwenden. Da gibt es den sehr schönen Begriff der Data Literacy, also der Fähigkeit, Daten lesen zu können, mit ihnen umgehen zu können. Und das ist sowohl für uns als Forscher sehr wichtig, aber auch für uns als Bürger, Bürgerinnen, weil wir halt ständig mit unglaublichen Mengen von Daten konfrontiert sind. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, indem wir auf die Welt schauen, durch Daten hindurch, sehen wir wesentlich mehr Korrelationen, die aber nicht unbedingt kausale Zusammenhänge abspielen müssen. Das heißt, wir müssen lernen zu unterscheiden, was hängt wirklich mit wem zusammen und daher, wie verändert, sollte das unser Verhalten und so weiter verändern. Und die dritte große Herausforderung der Digitalisierung ist tatsächlich, wie wir Daten sammeln, speichern, verfügbar halten, weil sich einfach die Fülle unendlich vergrößert. Und wir uns überlegen müssen, wie wir durch diese Datenvielfalt navigieren und trotzdem interessante, wichtige Erkenntnisse für uns selbst, aber auch in der Wissenschaft erzeugen können. Die zentralen Fragen meines Vortrags würde ich wie folgt zusammenfassen. Zum Ersten geht es darum, wie sich der Körper durch Daten abbildet und wie dadurch ein ganz neuer Datenkörper entsteht. Also wie diese Frage des Verhältnisses von der Selbstwahrnehmung des Körpers und der Daten über den Körper sich bezieht. Das zweite ist, wie lernen wir, Daten zu verstehen und durch die zu navigieren und dass die uns etwas zurückgeben an Verständnis über unseren Gesundheitszustand. Und das dritte ist natürlich, wie schützen wir uns? Wie schützen wir die Daten und damit auch uns selbst vor missbräuchlichen Verwendungen, vor der Vorstellung, dass wir nicht genügend darauf achten, welche Daten wir eigentlich teilen und mit wem wir sie teilen. Und diese ganzen Fragen, die stehen eigentlich im Zentrum meiner Vorlesung.